Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zum Bonus-Content von Grim Tales, die Braut. Ja, wir waren in der letzten Folge bei diesem schönen Rätsel hier stehen geblieben. Spin the slots to set the images are in the chronical order. Each gear is responsible for a certain picture to keep a gear from spinning. Click on the button. Okay, wenn ich das jetzt drehe. Von Baby zu Altmann. Okay, wir haben einen Mann, wir haben einen Baby. Was haben wir hier noch? Ein Kind. Frage ist jetzt... Ah, der ist für den. Okay, also den möchte ich nicht mehr drehen. Das ist für den Kind. Ach, scheiße. Ja, eigentlich nur noch. Ja, scheiße. Das ist ein Kackett. Das war's. Ah, ist sehr schön. Hat doch gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Okay, dann das nächste Wimmelbild. Es ist schön, dass wir so viele Wimmelbilder haben, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn die nicht an zu lange dauern, weil ich nur an den Runden rumklicke, ist es sehr schön, die zu haben. Ich freue mich immer auf Wimmelbilder im Wimmelbildspiel. Was, denke ich mal, Sinn macht. Ha. So. So. Unterm Altar haben wir diesen oberen Drachenkram. Und das nächste Spiel. Ich glaube es nicht. Light up all the lines by pressing the dots frequently without using the same line twice. Das ist so ein... Das ist so von Nikolaus, so ein bisschen, nur halt auch scheiße. Nein. 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 Okay. Hören wir mal so an. Machen wir mal so. Machen wir mal so. So. Viel besser. Was? Oh Gott. Ich muss das viermal, fünfmal machen, um alle Vasen darauf zu... Okay. Heilige Scheiße. Okay. Machen wir so. 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 Nee. Scheiße. Oh, oh, oh. So, so. So, so, so. So, so. 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 Hm, hm. Nein. Nein. Neh. 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 Okay, scheiße. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das ist noch eine Ordnung. Gerade so, das kann man sich irgendwie logisch so ein bisschen herleiten hier alles. Nein. Hahaha. Hier ist es normal. Hier ist es normal. Hier ist es normal. Hier ist es normal. So, so, so. Da gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten anzufangen und aufzuhören oder so. Hier ist es normal. Mhm. So, 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 so. Noch einen. Ah, Gott sei Dank. Den muss ich irgendwie noch mit einbauen. Hier ist so nix. So. Okay. Haben wir schon mal die drei Vasen hier. Na, guck mal, hier kriegen wir schon mal die nächste Vase. Okay. Zurück, zurück, zurück. Gehen wir mal in die kleine Quatsch in den... Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den... Was auch immer. Für die Mutti. Haben wir das hier schon mal. Wollen wir noch... War das hier? Nein. Wo war denn das Pferdchen? In Luisas Raum. Unten Luisa. Da. Pferdchen. Sehr schön. Ah, so. Ach so, scheiße. Und nö. Och nö. Warum schon wieder. Warum nur so ne Scheiße. Ich will solche Dinge nicht mehr. Die Mami einfach fertig. Wie wäre es, was das ist denn... Wie spürt ihr? Egan! Wie spürt ihr euch? Das ist der... Wollen! Vielen Dank. 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 Warte mal, haben die jetzt einfach gerade gar nicht den Gardener gezeigt? Oder habe ich das einfach nur gesehen? Ach guck mal, hier sind ein paar schöne Wallpapers. Ganz toll, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Okay. Und Musik. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Moon Forest. Ganz toll. Unrested Souls. Uh-ha. Sehr episch auf jeden Fall gewesen, die Musik. Ganz toll, ich bin sehr begeistert. Und was soll ich sagen? Wir haben Grim Tales durchgespielt. Teil 1. Grim Tales. Teil 1. So sehr ich das Spiel auch mag, so sehr hasse ich es auch. Vor allem für die Rätsel. Dieses ganze Gedrehe um irgendwelche Farben oder Muster oder was ich was in irgendeine richtige Reihenfolge zu kriegen, hat mich umgebracht. Aber wir haben es geschafft. Oha, jetzt geht es richtig los. Ich würde sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Okay, schade. Ich dachte, es geht weiter. Ähm, ja. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, beim nächsten Grim Tales vielleicht sogar oder beim nächsten, was auch immer, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Vielleicht beim nächsten Stream im August. Wir werden es sehen. Wir werden uns sehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und lasst euch nicht in irgendwelche Vasen stecken. Und mir fällt gerade ein, wir haben diesen komischen Glashaufen, wo irgendwas in dem Scherben war. Den haben wir gar nicht gebraucht. Aber egal. Ich würde sagen, haut rein und tüdelö.